Bei einigen von uns wird die kommende Woche richtig gut laufen. Dafür verantwortlich sind auch die Sterne. Diese drei Sternzeichen dürfen sich freuen. Fische Liierte Fische lassen gemeinsam mit ihrem oder ihrer Liebsten zärtliche Gefühle aufleben. Romantik pur. Singles treffen spannende Leute und fühlen direkt eine Verbindung. Auf der Arbeit haben Fische diese Woche tolle Einfälle und auch das Teamwork klappt super. Krebs Krebs-Singles dürfen sich dank Liebesplanet Venus auf ein romantisches Abenteuer freuen. Liierte Krebse sind in ihrer Beziehung besonders liebevoll, das wirkt sich positiv auf den Sex aus. Auf der Arbeit seid ihr motiviert und bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Waage Als Singles seid ihr diese Woche unglaublich anziehend. Man verliebt sich praktisch sofort in euch. Liierte Waagen sind mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin auf einer Wellenlänge. Harmonie pur im Bett und im Alltag. Beruflich glänzt ihr mit eurer guten Kommunikation. Komplikation.